Schaut, eine Wildschwein-Spur! Hey Leute, wir pirschen uns noch tiefer in den Wald hinein. Vielleicht haben wir Glück und finden das Wildschwein. Ich kann euch jede Vierte deuten, ich hab mein Pferdenbuch eingesteckt. Dann können wir die Neues einen duas, die ich habeaut, den Geheimen und die Doppelgången. Die Doppelgängste Hühnerin erkennen, wenn es die Nacht aussieht, sie enttäuscht sich so? Haben wir uns verlaufen, irgendwie kenne ich mich gar nicht mehr aus. Das macht doch gar nichts. Du hast doch den richtigen Plan eingesteckt. Oh, ich habe den Stapler mitgenommen. Wir sind alle. Wir haben sie verloren. Wir werden alle sterben. Und dann werden wir uns aufreden. Wie kannst du nur essen? Beim Essen habe ich die besten Ideen. Na klar, wir können doch auf dem feuchten Waldboden unsere Spuren gut sehen. Das ist eine super Idee. Du hast recht. Das ist eine super Idee. Das ist super. Das ist super. Sind wir dich geniale Spurensucher und ein Spritzenteam? Das ist ein Team.